Was macht das? Küsse auf mich, ich bin tot. Von vorne, Haupteingang, also wo es rausgeht. Geradeaus hin. Okay. Bleib einfach da hocken. Ich bin genau rechts von dir gestorben. Ich habe gerade nichts gesehen. Frittenmann. Ja, ich gebe dir Frittenmann. M4. Ich habe gerade Abrange. Ich sehe dich. 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 Binn, dein M4G. Ich sehe dich. Dicht und dein M4G. Vielen Dank. 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 Ja, skep. Oh, was hat denn mich jetzt erschossen, Alter? Wer schießt denn noch auf mich? Keine Ahnung? Ja, das ist schon geklärt. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist schon markiert. Ja, das ist schon... Okay, das ist schon... Ja, das ist... Ja, das ist schon... Ja, das ist... Oh, ja, das ist schon... Oh, ja, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist... Ach, das ist... Ja, 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 das ist... Oh, das ist... Nur eine Felzmütze oder sowas. Ja, sowas. O' der Erdkopf war da vorne. Oh... Wollen wir uns angucken? Deshalb ist das letzte was versehen. noticing! Ja, komm... drauf geschitten... Aber pass auf... Hier sind ja die arschlauchskr ambitious. Also, wie hier... Ja, genau. Es ist erst prim... Ja... Es ist doch ein Unterhalt schleichen. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Ach stimmt ja, die gucken ja durch Gebüsch durch. Ihr wart vor mir und mich hat er gerichtet. Es war nicht, naja. Hier muss ich rein, also ich muss jetzt mal auf die Map gucken, da rein. Tür zum Zimmer, aber ja, aber welche Etage? Tür zum Zimmer, Alter, das wird, warte mal, 218, 217, Ah ja, da hätte man sicher denken können, Schlüssel 2, 15, 2 Etage. Abgesperrt, so ein Koffer ist gesperrt, so. Kann ich Kippen mitnehmen? Ne. Habe ich das Item jetzt? Ne. Ach, es liegt am Fenster. Ja. Okay. Gut. So, jetzt kannst du hier deinen Panzer markieren. haben wir Underpass Exit, das ist geil, das ist geil. Gut. Dein Panzer steht gleich links. Mach hier vorne. Mhm. Okay, Exit ist frei. Hast du markiert? Ja. Gut, dann kommen wir runter. Wir warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann machen wir uns raus. 20 Sekunden. Was dauert denn beim Markieren ne halbe Minute? Keine Ahnung, eigentlich machst du das Ding dran, fertig hat sich der Lack. Da ist es markiert. Hammer, okay. Na dann raus. Dann kann John gleich wieder mit. Dann haben wir vielleicht jetzt auch den anderen Spawn für den anderen Panzer noch. Aber John muss ja eh nochmal hier runter zu dem Panzer. Ja, ja. Die Bank muss rein, das Postamt muss ich. Angst, ich habe gewählt. Ichenf es jeden Mal. Ich bin froh schonê… Wahnsinn Hund Hund! Und ich hab mit dir bath vibratorisiert. Ich bin froh schon flavor, ich bin froh. Wer hat monthly steht. Ich bin froh schonmal im newspapershotகள.